Ich habe Ihnen in der letzten Einheit den Satz von Cook-Lewin vorgestellt, nämlich dass das Erfüllbarkeitsproblem NP-vollständig ist, also dass wenn es für das Erfüllbarkeitsproblem einen effizienten Algorithmus gibt, dann gibt es für alle Probleme in NP einen effizienten Algorithmus. Ich kann Ihnen den Satz nicht vorführen in dieser Allgemeinheit, aber ich kann Ihnen einen Spezialfall zeigen, nämlich wenn das Erfüllbarkeitsproblem einen effizienten Algorithmus hat, dann gibt es auch einen effizienten Algorithmus für Grafenfärbung und das ist gar nicht so schwer. Also ich erinnere Sie noch mal daran, was Grafenfärbung heißt. Wir haben einen ungerichteten Graphen, so etwas wie das hier, und wir fragen uns, kann man den Färben mit drei Farben, Rot, Blau, Grün, sodass die Endpunkte an jeder Kante verschieden gefärbt sind und es geht hier natürlich, wir nehmen den Rot, wir nehmen den Blau, wir nehmen den Grün und den wieder Rot und dann sind für jede Kante die Endpunkte verschieden gefärbt. Und wir fragen uns jetzt, wir möchten jetzt zeigen, wenn es einen effizienten Algorithmus gibt für das Erfüllbarkeitsproblem, dann können wir auch Grafenfärben effizient. Wie macht man das? Ich habe hier oben nochmal aufgeschrieben, was das Grafenfärbungsproblem ist und was wir jetzt machen, ist eine sogenannte Reduktion. Also wir machen folgendes, um die Graffärbung zu finden, machen wir folgendes, wir nehmen den Grafen und wir konstruieren daraus eine Formel, die folgende Eigenschaft hat, erstens, wenn der Graph 3 färbbar ist, dann ist die Formel erfüllbar, genau wenn, also wenn der Graph 3 färbbar ist, dann ist die Formel erfüllbar und wenn die Formel erfüllbar ist, dann ist der Graph 3 färbbar und man kann aus der erfüllenden Belegung auch diese Dreifärbbarkeit finden und die Konstruktion von dieser Formel aus dem Grafen, die kann man effizient machen, also das ist die zweite. Also die erste Eigenschaft ist, der Graph ist 3 färbbar, genau dann, wenn die Formel erfüllbar ist und es ist auch so, dass man aus der Dreifärbung des Graphen die erfüllende Belegung finden kann und umgekehrt aus der erfüllenden Belegung kann man die Dreifärbbarkeit kriegen und diese Konstruktion der Formel aus dem Graphen, die ist effizient. Und das nennt man eine Reduktion von Färbung auf Erfüllbarkeitsproblem. Jetzt schauen wir uns an, wie das gehen könnte. Ja, nee, nicht bevor wir uns anschauen, wie wir die Formel konstruieren, sagen wir, wie sieht der Färbungsalgorithmus dann aus. Wir machen folgendes, an der Eingabe einem bestimmten Graph machen wir folgendes, wenn wir im Schritt 1 konstruieren, wir diese Formel, dann entscheiden wir die Erfüllbarkeit von dieser Formel mit Hilfe des Erfüllbarkeitsalgorithmus. Wir kriegen eine erfüllende Belegung und aus dieser erfüllenden Belegung schreiben wir dann zurück die Graph-Färbung. Also hier dann haben wir eine erfüllende Belegung für F und daraus konstruieren wir dann die Dreifärbung des Graphen. Und jetzt schauen wir uns auf der nächsten Folie an, wie das genau geht. Also was machen wir? Wir führen für jeden Knoten von dem Graphen, führen wir drei Variable ein. Nämlich U unten R, U unten B, U unten G. Also eine Variable für jede Farbe, U unten Rot, U unten Blau, U unten Grün. Und die intendierte Bedeutung ist, wenn U unten C war es, dann hat U die Farbe C. Also was wir machen möchten ist, wir haben unseren Graphen für jeden Knoten, führen wir drei Variable ein. Und jetzt wollen wir eine Formel hinschreiben, die hat folgende Eigenschaft, dass eine Variable mit einer bestimmten Farbe, die ist wahr in der Belegung für diese Formel, genau dann, wenn der Knoten die Farbe C hat. Was müssen wir ausdrücken? Wir müssen ausdrücken, erstens, jedem Knoten geben wir eine eindeutige Farbe. Und zweitens, für jede Kante haben die Endpunkte verschiedene Farbe. Und jetzt denken Sie zurück, wie wird das Erfüllbarkeitsproblem gemacht? Da haben wir am Schluss ein paar Formeln konstruiert, nämlich genau eine und mindestens eine und höchstens eine und so weiter. Und die brauchen wir jetzt wieder. Also, genau jeder Knoten hat eine eindeutige Farbe. Da müssen wir sagen, von diesen drei Variablen, die wir für jeden Knoten haben, kriegt genau eine den Wert wahr. Wie hat man das gesagt? kriegt mindestens eine den Wert wahr. Und da kriegt höchstens eine den Wert wahr oder nicht zwei. Also hier diese Formel x oder y oder z, die ist wahr, wenn mindestens eine dieser Variablen wahr ist. x, y oder x, z oder y, z ist wahr, wenn mindestens zwei wahr sind. Und wir haben die Negation davor. Dann heißt es nicht zwei oder mehr. Und wenn wir die zwei zusammenfassen, dann haben wir genau eine. Und die Formel, die wir dann nehmen, ist, für jeden Knoten schreiben wir hin, dass genau eine der Variablen ur, ub oder ug wahr sein soll. Und wir bilden dann die Unverknüpfung über alle Knoten. Damit haben wir gesagt, jeder Knoten hat eine eindeutige Farbe. Und jetzt müssen wir sagen, für jede Kante gilt, u und v haben verschiedene Farbe, die Endpunkte haben verschiedene Farben. Und wie können wir das sagen? Schreiben wir uns erstmal hin, was bedeutet, dass u und v haben die gleiche Farbe? Das bedeutet, entweder sind beide rot oder sind beide blau oder sind beide grün. Das heißt, die gleiche Farbe. Und wie kann man dann sagen, die haben verschiedene Farbe? Das ist die Negation davon. Also die haben verschiedene Farbe, verschiedene Farbe, wenn nicht der Fall ist, dass sie die gleiche Farbe haben. Also schreiben wir jetzt auch noch hin, für alle Kanten, u, v gilt, die Endpunkte haben nicht die gleiche Farbe. Und insgesamt, das ist also dann die Formel F für den Graphen G. Wir haben erst ein großes und über alle Knoten, dass der Knoten genau eine Farbe haben soll. Und dann haben wir ein und über alle Kanten von dem Graphen, dass die beiden Endpunkte verschiedene Farbe haben sollen. Sehen wir uns jetzt an einem konkreten Beispiel an. Also hier oben ist ein Graph. Der Graph ist drei Färbbar, glaube ich. Aber wir scheiben uns jetzt mal unsere Formel hin. Da müssen wir also für jeden, da haben wir für den Knoten v, scheiben wir hin, genau eine von v rot, v grün, v blau und genau eine von z rot, z grün, z blau und genau eine von z rot, z grün, z blau und genau eine von u rot, u grün, u blau und verschiedene Farbe, u blau und verschiedene Farbe, v z und verschiedene Farbe, v z und verschiedene Farbe, V, U und verschiedene Farbe Z, U und verschiedene Farbe U, Y. Also das ist die Formel für die Existenz einer Dreifärbung. Dieser Graph hat keine Dreifärbung, weil ja jeder Knoten mit jedem anderen verbunden ist. Wir haben vier Knoten, also Sie müssen zwei Knoten die gleiche Farbe geben. Und da alle Knoten miteinander verbunden sind, ist dieser Graph nicht dreifärbbar, da es vier Knoten gibt, von denen jeder mit jedem verbunden ist. Und Sie müssen ja zwei Knoten die gleiche Farbe geben. Das ist unsere Formel für die Existenz einer Dreifärbung. Diese Formel ist also nicht erfüllbar. Das können Sie ausprobieren. Wenn wir jetzt eine beliebige Kante streichen, streichen wir etwa die hier, dann fällt dieser Term weg. Und jetzt gibt es eine Dreifärbung. Wir könnten zum Beispiel den hier färben rot, den hier grün, den hier auch grün und den blau und dann haben wir auch eine erfüllende Belegung, nämlich hier ist das hier wahr, bei dem Y ist das grün wahr, bei dem V, ups, bei dem, wo ist denn der U? Ah, bei dem U ist der grün wahr und bei dem Z ist das blau wahr und dann, wenn wir nachschauen, dann gilt es auch für jede der Kanten, dass die Endpunkte verschiedene Farben haben. Damit haben wir also jetzt gesehen, das Erfüllbarkeitsproblem, oder das Färbbarkeitsproblem lässt sich reduzieren auf das Erfüllbarkeitsproblem, indem wir diese Formel konstruieren und wenn wir dann einen effizienten Algorithmus hätten, um eine erfüllende Belegung zu finden, dann können wir das wieder zurück übersetzen in die Dreifärbung. Wir müssen ja nur jeden Knoten färben mit der Farbe, wo die entsprechende Variable wahr ist.